hallo ihr lieben wir machen erst mal gerade ein bisschen ein bisschen party ich begrüße euch im turm auf dem turm und eigentlich wollte ich nur nur zum briefkasten oder beziehungsweise zu meinem tresor aber hier ist so schöne stimmung die katakomben irgendwo in diesem schabe fallenden labyrinth befindet sich unser krypto glüh wenn wir die verteidigung der pyramide überwinden wollen müssen wir ihn finden sei gewarnt die die fauligen tiefen der katakomben betreten kehren oft nicht zurück licht findet in diesem grab den weg nicht so so Das war's. Das war's. Das ist unser Eingang. Das war's. 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 Und jetzt. Das war's. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ja da muss man das andere nicht die komischen koppel die muss man wahrscheinlich wirklich finden die kann man ja was ich dachte es tut mir leid die dichte dunkelheit der pyramide geht mich von euch fern ist das aber wir dürfen keine zeit verlieren mit dem kryptoglyphen haben wir eine chance gegen die pyramide federn bringen hierhin damit wir ihn gegen sie einsetzen können wo ist mein freund mein albert